Willkommen zurück hier bei The Secret World. Wir werden diesen Ort des Schreckens verlassen müssen, um zu einem weiteren zu gehen. Blue Mountain. Ich denke, es ist Zeit. Auf geht's. Endlich neue Ladebeschirme. Vor allem Zeit. Niemand konnte den alten mehr sehen. Oh, das wäre echt schlimm, ne? Ja. Mit den Dingern da und so. Ah, ich schau mal da vorne. ADAC fernreißen. Ha, ha, ha. Ah, ich glaub, der kann nicht mehr. Der Busfahrer noch eine Pause hier. Was da mit dem los? Mal gucken. Unfall. Das sehe ich doch. Die Leiche eines Busfahrers verdeutlicht die zweifelhafte Lage auf der Insel. Überlebende der ersten Wende Schreckens müssen sich zusammengetan haben, um die Insel zu verlassen. Nur um dann auf der Straße zu sterben. Das ist ja... Traurig eigentlich, tragisch. Definitiv. Was haben wir da vorne? Noch irgendwas. Primitives Zeichen. Ja, das ist ein Pfeil. Wenn es danach geht, müsste jedes Verkehrsschild ein primitives Zeichen sein. Ist es das nicht? Gejagt. Am Boden befindet sich etwas, das vielleicht Anlass zur Hoffnung gibt. Das könnte hier Überlebende geben, die versuchen anderen zu helfen, die den Schrecken noch nicht erlegen sind. Okay. So. Was machen wir? Dann fangen wir erstmal an mit noch einen Insekten. Das haben wir eh schon gehabt. Erstmal kurz die Mission durchschalten. Aber... Ich denke mal, wir sollten jetzt diesen primitiven Zeichen folgen, gucken ob es was es zu essen gibt hier. Ne, es ist leer. Toll. Toll. Lässt auch erstmal dann sterben. Ne, herzlichen Glückwunsch. Gastfreundschaft ist ja nicht gerade ganggeber. Ne, ich denke nicht. Hier sowieso nicht. Noch mehr Teller? Ähm, Vorsicht, Bärenvieh. Schwarzkehlen, Fallensteller. Ja, die können Fallen stellen, dann gehen wir dem aus dem Weg. Gehen wir erstmal so den Weg lang. Genau. Pass auf, Fallen auf. Ich laufe da auch gerne. Ja, ich habe sie auch gerade gesehen, dass sie noch mehr sind. Mist, Viecher. Ja. Ich würde gerade sagen, welche Stufe haben Dinger, denn es gibt ja keine Stufen. Dann stirbt doch halt, du Viecher. Nennen wir es so, sie sind nicht nett. Sie sind noch etwas rot. Gleich sind sie rot. So. Sie sehen aber auch außen daran hässlich aus, äh, aussehend. Hätten wir ein Fail, wären wir auch für Bären. Was schlurft da lang? Studenten? Nein, verwiegst der Krieger? Studenten. Okay, ich denke wir hätten eigentlich rein rechtlich die Brücke nehmen müssen, aber ich denke wir können auch die Hügel herunter kratschen. Achso, den Weg da hätten wir gehen sollen. Egal. Die Brücke geht nicht, du musst schon so gehen. Wondigo Wake. Äh, oh, Captain Jack muss auch sein. Ziel reicht, zum Militärlager am Blue Mountain gehen. Okay, irgendjemand, dem ich irgendwas geben kann. Schubb öffnen. Ja. Schalte um auf Kanal 5. Kanal 5 ist besser, ja. Oh, bricht senden. Ja, standard Antwort 3, okay. Wie hält ihr denn das Fernglas? Das ist ein toller Bock, was die da macht. Alle Teams treffen sich im Abholpunkt. Bisschen schreck. Na gut, gucken wir mal hier rum. Auf Wiedersehen. Lamm. Lamm. Schalte ich mal an den Lamm-Säcke. Ich glaube ich schaffe nicht mal 3, du bist so liegen gestützt. Ähm. Oh, ich liebe den Geruch von Käfer-Soße am Morgen. Ambrosia. Danke, nein. Freue ich nicht. So, wollen wir mal mit Sarge quatschen hier. Halt. Was ist denn sicher für Probleme? Wir haben die Position von Delta. Sie liegen unter schwerem Beschuss. Vordere Exfiltrationsteam an. Quatschen wir mal mit Sarge. Feind meines Feindes auf 3, 2 und da ruhig die aktuelle Mission. Was ist das schon? Egal. Nein. Gucken wir mal hinten nach. Das ist eine andere Hauptquette. Ich weiß, deswegen sag ich ja. Gucken wir mal hinten nach. Die Quest über gerade machen. Ist gejagt. In Richtung der Pfeile gehen. Ist vielleicht doof. Gucken wir es mal. Wir sind in der Nähe vom Unfall. Gehen wir erstmal Unfall nach. Das ist vielleicht doof. Gehen wir erstmal Unfall nach. Ja. 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 Ich bin jetzt wieder voll behindert. Der war schon immer sehr flach so wieder aus. kriegt aber ein leben das ist ja auch das wird schämt sich hallo freunde ich habe suppen dabei ja siehst du schon werden die müden ja munter du hast du wirst sie bewegen sich doch noch das mit untot und gibt es doch gar nicht ich möchte das geht die ganze brutte so dann nehmen wir keine mit ich werde es wahrscheinlich überleben die ja so interessant wir sollten gehen auch das kriegen wir schon hin Du machst das super. Siehst du, wie ich das hinkriege? Nein, die Kamera ist gerade weggedreht. Aber ich vertraue dir natürlich. Ja, ich mir auch. Geisterbahn, Geisterbahn, wir sind hier auf der Geisterbahn. Oh, schau mal, wie schön der Himmel aussieht. Warte, warte, warte. Nicht, wenn ich da reinlaufe, bin ich zu schluss. Hui, es war ein netter Ausflug. Deswegen fahre ich immer selbst, also meistens. Oh, ich habe noch gar nicht gesehen, der Hintergrund. Auch hübsch. Ja. Okay, dann bitte der Reihe nach, Kollegen. Hat die, der Papiertüte beim Kopf? Ähm, ich würde sich jedenfalls raten. Wer ist der Nächste? Vielleicht zwei. Jetzt denke ich, die sich. Hui, weiter. Feuerball, fliegt und siegt. Wir bekommen gerade 6% mehr Erfahrung. Dank BVP-Krams und so. Können wir nicht mitmachen. Danke an die, die sich vor uns öffnen. Gegenseitig. Gegenseitig. Doch, nur ein bisschen länger. Vor allem arbeite ich ja eh gerade auf meine neue Karriere als Onkel Doktor hinaus. Du willst doch nicht etwa Doktor genannt werden? Nein, oh, großer mächtiger Heiland. Ich will nicht mehr. Ah. Oh, großer Mediziner. Juhu, Werkzeug. Ich liebe die Dinger. Oh, wer möchte. Spring ja nicht so rein. Vier gehen noch. Ach ja, wir sollten übrigens mal wieder... Hm? Warte mal. Bleib mal stehen, zappel mal hier rum. Okay. Ganz vergessen. Erheben sie sichern. Und fallen sie wieder zu Boden. Na komm die Luft alle. Schön alle zu mir. Okay, folgen wir der Blutspur der Überlebenden. Also hier wäre eine, aber die fehlt mir nicht. Was macht denn der Anfänger da hinten? Auf Carbizost. Looks like Blutspur, aber kann ich nicht anrühren. Haben wir einen verpasst? Da vorne wahrscheinlich. Nein, das muss schon hier am Gebiet sein. Ja, ich habe schon gesehen, wie toll das bei denen muss im Gebiet sein. Das ist ziemlich manchmal eine Nähe davon. Okay, das ist vielleicht recht. Folgen wie die Blutspuren, ich glaube da sind keine, die wir anrühren können. Blutspur hier, Blutspur da, Blutspuren sind so wunderbar. Hier blutzt noch irgendwer vor sich hin. Da blutzt du wer, hey, Rettung. Starke Käferaktivität geordnet. Bleiben sie bis auf weitere Sektoren. Du darfst jetzt reagieren, Trigger. Wir sind da, wo du uns hinbeunzen möchtest. Du musst die Frau antecken. Ja. Ihr macht da super Leute, das muss man aus der Schusslinie. Ich muss ja mal kostenlos einzuschicken. Salomon Island steuert auf dasselbe Schicksal zu wie Atlantis, aber diesmal versprechen wir unsere Agenten rechtzeitig zu warnen. Fühlen sie sich also gewarnt. Und arbeiten sie ihre Aufgabenliste ab, bevor sie gehen. Ich sehe immer noch jede Menge lose Fäden. Schau, schau. Es gibt mehrere Geldeinheiten und einzigen. Gebt mal Ruhe da, ihr macht zu viel Krach. Nicht meine Aufgabe, aber ich glaube ich gerade hier. Die wollen sich ja gut rein quatschen, während wir jetzt hier Quest annehmen oder sowas. Das heißt Zero, glaube ich. Aber wie ich gerade sehe, ne. Ich will kein Spielverderber sein, aber bin es. Wir sehen die Kram in der nächsten Folge da. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.